Und das ist halt ein Thema, das ist wichtig. Wir hatten ja vor zwei Wochen im ersten Teil dieser Serie, hatten wir die Situation, dass wir geschaut haben, okay, was haben wir denn so an interessanten Kerzen, leichten Kerzenformationen, wo wir wirklich auf einzelne Kerzen geschaut haben, wo wir geschaut haben, wie die Verortung ist, wo wir auch einfach sehen, okay, diese Kerzen kommen immer wieder vor. Wenn die Verortung an dieser Stelle stimmt, dann gibt das gute Signale für Handelsmöglichkeiten. Das ist ja das, was wir hier an dieser Stelle auch immer wieder machen. Und heute, heute gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Bevor wir das allerdings tun, möchte ich auch hier nochmal an dieser Stelle den Risikohinweis bringen, also das auch, was wir hier gleich miteinander besprechen. Das ist halt wichtig unter dem Fakt der Handel mit den Wiesen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Das ist an dieser Stelle wichtig auch nochmal zu erwähnen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal so ein paar Power-Strategien anschauen, da gibt es eine ganze Menge. Also es gibt eine Menge Handelsstrategien, die wirklich ordentlich Rums an den Märkten haben, wo wir von guten Moves auch immer wieder sozusagen profitieren können. Und das sind einfach Fakten, die wir hier an den Märkten jeden Morgen oder beziehungsweise jeden Tag auch miterleben und wo wir am Markt genau lesen können, was wann gespielt wird. Das heißt, an dieser Stelle haben wir hier die Situation, dass wir einen Chart haben. Und wir schauen ja jetzt auf solche Strategien und die Frage ist einfach die, wozu dienen denn diese Signale oder diese Strategien? Und da haben wir halt die Situation immer wieder gegeben. Wenn wir im Trendverlauf eine Top-Signallage haben, dann sind das ganz oft beste Voraussetzungen dafür, dass wir vor einem guten Move stehen können. Das heißt, wenn man das Ganze mal auf einzelne Kerzen betrachtet, dienen einzelne Kerzen ganz, ganz oft auch dazu, wirklich richtig gute Trading-Szenarien mit an den Markt zu geben. Aber das ist etwas, das weiß ich auch aus den Ausbildungseinheiten, die ich mache und auch noch aus meiner eigenen Historie als Händler. Wenn eine Kerze in der Verortung her im Chartverlauf falsch gelesen wird, dann kann das einfach oft in die Hose gehen. Und das ist halt der Vorteil, wenn wir hier gesamte Handelsstrategien miteinander besprechen, dass wir da schon wirklich ein komplettes Setup haben, wo wir einfach die Komponenten, die wir für einen Trade brauchen, zusammenbinden und dann eine komplette Strategie haben. Und wenn die richtig angesetzt wird, dann haben wir richtig gute Chancen, den Move zu sehen. Wenn wir uns mal diesen Chart hier anschauen, ich habe jetzt mit Absicht mal einen Linien-Chart genommen, weil mir kommt es jetzt nicht auf Kerzen oder ähnliches drauf an. Wenn wir uns mal dieses Gesamtbild hier anschauen und zum Beispiel einfach mal sagen, klassischer Ausbruch im Trendhandel. Das sind ja Strategien, wo man einfach sagt, okay man handelt den Trend und man möchte gute Dinge auseinander finden. Wir haben die Situationen halt immer wieder gegeben, hier im Aufwärtstrend Ausbruch auf neue Hochs beispielsweise oder hier ein Bruch nach unten, dass wir einen Abwärtstrend bekommen oder hier Schulterkopf-Schulterformationen, wo die Nackenlinie, also eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, wo die Nackenlinie nach oben durchbrochen wird. All das sind ja Sachverhalte, die passieren immer wieder oder die kommen immer wieder und in hoher Regelmäßigkeit in den Charts vor, die wir hier miteinander besprechen. Und aus diesem Grund sind diese Strategien halt wirklich funktional und ganz, ganz oft von gutem Erfolg. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie funktionieren die Strategien und Signale, dann sehen wir auf einer Sache etwas, dass alle diese Strategien in der Regel gemeinsam haben. Zumeist sind diese Strategien trendbasiert. Es gibt auch ein paar Strategien, die sind in diesem Zusammenhang nicht unbedingt trendbasiert. Es gibt ja gerade die kurzfristigen Intradistrategien, wo man einfach sagt, okay, ein Abprall von einem Tageshoch beispielsweise zieht ganz oft fallende Kurse nach sich. Da sagt man einfach, okay, Tageshoch, da sind wir, kommt ein Abprall, gehe ich short, Punkt, aus die Maus. Da ist das Ganze jetzt nicht zwangsweise trendverortet, sondern einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Markt von einem Tageseröffnung oder einem Tageshoch abprallt, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Markt nach unten läuft. Und da haben wir es dann halt wiederum da, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht zwangsweise trendverortet, sondern einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Abprall weitere Kursrückgänge nach sich zieht, die ist halt gegeben und damit auch da. Das, was wir hier miteinander besprechen, sind wirklich Strategien innerhalb von Trends. Die haben sich auch über viele, viele Jahre an den Märkten durchgesetzt und etabliert und das ist halt auch etwas, das gerade für nebenberufliche Trader gut ist. Man kann diese Signale auch sehr gut intraday traden, indem man einfach die Ausbrüche tradet aus diesen Signalen. Und diejenigen, die es als Swing machen, die handeln halt in etwas anderem Zeitrahmen, aber mit festen Komponenten. Das heißt hier, die Strategien sind trendbasiert und Trendfolgesignale aus der Korrektur sehr, sehr häufig. Regressionssignale im Trend gibt es natürlich auch, wenn wir beispielsweise in einer Bewegung weit gelaufen sind und plötzlich bekommen wir hier ein Schurzsignal aus so einer Handelsthematik. Dann kann das Ganze natürlich auch als Handel der Korrektur entsprechend mit gesehen werden. Das sind dann die sogenannten Regressionssignale. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Wir haben ja gesagt, all diese Strategien, auch die, die wir hier besprechen, die geben uns im Vergleich zu einer klassischen technischen Analyse, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Umkehrstab. Was wollen wir denn jetzt machen? Diese Strategien haben feste Bestandteile. Das heißt, Nummer eins, ein wichtiger Bestandteil ist, dass diese auf diversen Zeitebenen funktionieren. Aber ich sage an dieser Stelle auch, je höher die Zeiteinheit, je höher ist hier auch die Aussagekraft des Ganzen. Das heißt, Stundenchart aufwärts sind ganz gute Fakten. In den kleineren Zeiteinheiten ist das immer ein bisschen tragisch zu sehen. Aber auch da funktioniert es. Strategie heißt in dieser Weise, wir haben ein vollständiges Regelwerk für den Händler inklusive der Absicherung und dem Ziel. Das ist das, was der große Vorteil von diesen fertigen Strategien entsprechend auch ist. Also das heißt, wenn man das hier beispielsweise mal sieht, eine Handelsstrategie verortet in einem Trend. Wir sehen halt hier an dieser Stelle setzt sich der Trend fort. Das heißt, hier kriegen wir unser Einstiegssignal. Wir wissen genau, der Trend bricht hier unten. Das heißt, an dieser Stelle dürfen wir nicht mehr drin sein. Dort kommt der Stopp hin. Und diejenigen, die sich sagen, okay, wir wollen jetzt nur die Bewegung beispielsweise traden, die können einfach sagen, das, was hier unten an Risiko da ist, wird oben mal drauf gesetzt. Und damit wird hier oben eine Gewinnmitnahme oder eine Teilgewinnmitnahme gemacht, dass man einfach sagt, okay, hier oben an diesem Punkt, da geht man rein. Da schließt man die Hälfte der Position und der Rest wird getradet, solange wie der Trend für uns läuft. Das sind alles Dinge, die kann man daraus machen. Und das ist das klare Regelwerk, was mit diesen Setups definitiv im Markt auch steht. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir uns jetzt mal ein paar Signale an. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Signale. Und bei diesen Handelssignalen möchte ich an dieser Stelle auch noch eines sagen. Und zwar ist hier das Thema in meinen Augen ein bisschen getrennt zu betrachten, mit welcher Software handelt man und mit welcher Software macht man seine Chartanalyse an dieser Stelle. Das heißt, man kann ohne weiteres all das, was ich hier sage, relativ gut auch im Metatrader umsetzen, zumindest mit der Chartanzeige. Was natürlich im Metatrader nicht geht, ist, dass wir eine Liste haben, wo dann plötzlich sozusagen Handelssignale auch angezeigt werden. Dafür ist dieses Tool nicht gebaut. Das Tool ist zum klassischen Handeln gebaut. Das heißt, das Thema Research steht immer so ein bisschen auf einer anderen Seite. Und das kann man, wie schon gesagt, alles sehr gut im Metatrader machen. Ja, ich persönlich und da mache ich auch noch mal ein weiteres Webinar dazu, wie ich meine Handelsvorbereitung technisch unterstützt mache. Da haben wir mittlerweile auch schon Anfragen bekommen an dieser Stelle, dass ich das mal zeige. Ich mache mein Research über eine andere Software und das zeigt mir, das vereinfacht mir die Arbeit, weil ich hier sozusagen die Handelssignale mir anzeigen lassen kann. Das heißt, da muss ich nicht alle 80 Charts hier, die wir bei Tickenbild zur Verfügung haben, durchschauen, wo ich da eventuell ein Handelssignal bekomme, sondern die professionelle Variante, die zeigt mir halt die Handelssignale an. Und das übertrage ich dann einfach entsprechend in die Systematik, die wir hier dann in den Strategien morgen sehen. Also sprechen wir mal über ein paar Dinge, die wirklich gut funktionieren. Erstens, was wirklich gut funktioniert, ist von Linda Raschke, der heilige Kral. Den gibt es in zwei Richtungen. Den gibt es einmal als Long Setup und einmal als Short Setup. Das Ganze ist auch definitiv trendbasierend. Und hier gibt es auch ein ganz klares Regelwerk. Und das ist das Schöne. Das heißt, was brauchen wir hier an dieser Stelle? Wir brauchen den ADX14, das ist der Average Directional Index der letzten 14 Perioden. Und ich sage hier mit Absicht Perioden, weil diese Strategie funktioniert recht gut auf verschiedenen Zeiteinheiten. Und dann am besten, wenn wir die Signallage von den Großen und den Kleinen in die gleiche Richtung haben. Das heißt, wenn beispielsweise die Stunde in die gleiche Richtung läuft wie der Tag und wir haben diese Signallagen auch aufsteigend da, dann funktionieren die wirklich in hervorragender Art und Weise. Also hier, wie schon gesagt, der ADX14 ist mal definitiv anzuweisen und der ist über 30. Und ein ADX über 30 zeigt eine sehr hohe Trendstärke an. Das ist das Erste für das Long Setup. Das Zweite, was wir für das Long Setup brauchen, ist ein Kursrückgang an oder unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Perioden. Hier kann man den SMA oder den EMA wählen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, was man hat. Ich sage mal, der Chart sieht ja deswegen nicht anders aus und diese Marken liegen auch nahe beieinander. Aber es ist so ein bisschen Geschmackssache, was man als Trader hier an dieser Stelle dafür nutzen möchte. Also das Zweite ist der Kursrückgang. Das ist dann die Tatsache, dass der Trend, der Aufwärtstrend, den wir in dieser Weise haben, in seine Korrektur übergeht. Also wir handeln hier ansprechend dann am Ende aus der Korrektur in Richtung des Trends. Also zweite Bedingung, wir brauchen den SMA. Das Dritte ist das Kaufsignal. Und zwar, wir haben ja eine Kerze, die diesen gleitenden Durchschnitt schneidet. Und wir gehen dann in die Long Position, wenn diese Kerze wieder überschritten wird. Das heißt, wir haben die Triggerkerze und wenn die überschritten wird, dann wissen wir, es geht wieder in die Aufwärtsrichtung. Und bei wirklich guten Situationen haben wir wirklich eine Kerze, die läuft ran und dreht dann wieder nach oben. Und weiter. Und das ist das Schöne. Das Gesamtsetup haben wir da. Die Absicherung wird gemacht unter der Signalkerze bzw. dem Swing Low. Das sehen wir gleich im Chart. Und bei der Gewinnmitnahme ist es hier so, dass man dem Trend auch eine Chance gibt. Das heißt, eine Gewinnmitnahme wird hier gemacht. Die Hälfte der Position wird am aktuellen Swing High rausgenommen. Und der Rest läuft weiter im Trend. Und das sehen wir hier beispielsweise mal im Chartverlauf. Hier haben wir das Währungspaar britische Fund, japanische Yen in der Stunde. Und schaut mal, hier ist sozusagen der MA20 drinnen. Also diese Linie hier im Chart, das ist der MA20. Und hier haben wir eine schöne Signallage. Das heißt, hier unten sehen wir an diesem Bereich, dass der ADX nach oben läuft. Hier, ja, da ist auch über 30. Also wirklich ein sehr, sehr starker Trend. So, jetzt haben wir hier den Rücklauf, ja. Und hier haben wir die Signallage. Und dann ging es nach oben und der Markt ist schön auch weit nach oben mit reingelaufen. Und das ist mal so die Grundlage dieses Setups. Also das ist eine Situation, wo das sehr, sehr schön funktioniert hat. Auch bei diesen Signalen ist es natürlich immer so, die Trefferquote ist hier, also es ist nie garantiert, dass dieser Trade auch wirklich hundertprozentig aufgeht. Aus diesem Grund wird hier immer mit einer Risikoabsicherung gearbeitet. Und auch die Tatsache, und das ist auch hier etwas, das ich als Händler persönlich sehr, sehr schön finde. Man hat zwar Signallagen hier, aber es wird nicht immer direkt getriggert. Ja, das heißt, im Endeffekt haben wir es tatsächlich so, der Markt, wir sehen es hier, er wollte hier, kamen auch Signallagen, wo wir in diesem Bereich mit drunter sind. Aber es lief halt nicht hoch, wir sind nach unten weiter reingelaufen. Und das ist der Punkt hier an dieser Stelle, der SMA kippt hier leicht nach unten ab. Hier sehen wir es auch, dass der ADX sich deutlich abschwächt. Und das sind so Dinge, wo man als Händler dann auch sehen kann, man braucht schon die Trendstärke. Und wenn die Trendstärke verloren geht, dann funktionieren diese Setups meistens nicht. Und dann kommen wir als Händler gar nicht erst in diesen Markt hinein. Das ist hier Fakt, der Punkt, den wir hier an dieser Stelle haben. Also das ist mal das Setup. Linda Raschke, der heilige Kral auf der Long-Richtung. Auf der anderen Seite haben wir ja die Situation, dass wir das auch noch für die Schurzseite traden können. Auch hier die festen Bestandteile. Der ADX muss wieder stark sein. Also wir brauchen einen starken Trend. Das ist der gleiche ADX wie in der Long-Geschichte. Was wir noch brauchen, wir brauchen in dieser Seite jetzt einen Kursanstieg an, beziehungsweise über den gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Perioden. Warum? Wir haben einen fallenden Markt und die Korrektur steigt entsprechend nach oben an. Und die Schnittkerze ist hier wieder die wichtige Kerze. Das Verkaufssignal kommt dann, wenn sozusagen das Tief der Schnittkerze unterschritten wird. Das ist dann der Trigger. Und die Absicherung über der Signalkerze, beziehungsweise dem Swing High und die Gewinnmitnahme. Hier genau das gleiche. Die Hälfte der Position am Swing Low. Und der Rest wird laufen gelassen. Im Chart sieht das Ganze so aus, wie wir es hier haben an dieser Stelle. Also hier ist das Ganze mal wirklich ordentlich gelaufen. Rangelaufen. Hier der ADX ordentlich im hohen Bereich. Deutlich über die 40, an die 50 rangelaufen. Hier die Umkehr. Zack. Ging es schön nach unten. Ähnlich ist hier der Rücklauf aus der Korrektur deutlich auch nach oben gelaufen. Und das sind so die Marker, was häufig auch passiert, dass wir halt nicht nur eine Triggerkerze haben, sondern dass es nochmal ein Stückchen weiter geht. Und dann haben wir hier die Umkehr gesehen. Und dann konnte man sehr, sehr schön das Ganze nach unten mit zwingen. Das Stop Level hier. Das war das Swing High sozusagen. Das war die Marke. Und dann ging es entsprechend auch mit nach unten. Und hier, das möchte ich an dieser Stelle auch noch zeigen. Das ist halt auch das Schöne. Wir sehen, hier hatten wir ebenfalls wieder eine Signallage. Das heißt, wir haben den Markt nach oben geschnitten. Der ADX ist allerdings deutlich hier auch schon nach unten gesunken. Das sieht man richtig schön. Hier sinkt er zwar auch schon, aber hier sind wir schon weit herangelaufen. Und hier kam es halt gar nicht erst dazu, dass wir nach unten gelaufen sind. Das heißt, wir hatten zwar ursprünglich mal eine Signallage in diesem kurzen Bereich, im Kurzfristbereich. Also das ist jetzt hier Euro, US-Dollar in der Stunde. Aber es kam nicht dazu, dass wir getriggert worden sind. Und das macht es doch als Händler entspannt. Man muss ja nicht zwangsweise die ganze Zeit dann auch daneben sitzen, sondern man kann die Setups wirklich auch schön mit reinlegen. Und der Trigger kommt halt wirklich nur dann, wenn der Markt zack, entsprechend nach unten mit reinläuft in den Markt. Also das ist das, was wir hier an dieser Stelle auch mit sehen. Das ist also der heilige Kral im Setup für die abwärtsgerichtete Phase. So, als nächstes schauen wir mal auf Jeff Cooper. Der hat ja auch einige Setups gehabt, die er gut und gerne tradet. Und wichtig an dieser Stelle möchte ich auch mal noch sagen, einige dieser Setups kommen ursprünglich aus dem Aktienbereich. Die funktionieren aber auch recht gut im FX-Bereich. Deswegen gehe ich die heute hier mal durch. Das Jeff Cooper 1,2,3,4er. Das ist ein Long Setup. Hier arbeiten wir auch mit diversen Bestandteilen in diesem Grundsetup. Und zwar auch hier wieder der Average Directional Index, also der ADX. Der muss größer 30 und ansteigend sein. Ansteigend hier für einen starken Trend. Dazu gibt es hier noch die Funktion des Directional Index. In diesem Directional Index gibt es zwei Bestandteile, den Plus-DI und den Minus-DI. Und der muss so sein, dass der Plus-DI über dem Minus-DI liegt. Das sind die ersten beiden Voraussetzungen. Die dritte Voraussetzung ist die, dass wir in die Korrektur gehen. Und Korrektur heißt ja, wir laufen nach unten. Und hier haben wir es so. Wir brauchen drei fallende Perioden, beziehungsweise drei fallende Kerzen. Das heißt, das sind drei Tage mit tieferen Tiefs nach unten. Die Tiefs müssen wirklich fallen. Ausnahme, wenn es hier nach der zweiten Kerze ein Inside-Day gibt, das heißt, das ist die Tatsache, ich zeige euch das mal ganz kurz grafisch, kurzen Augenblick. Das heißt, wenn wir hier sozusagen einen Aufwärtstrend haben, also dass wir hier steigende Kerzen haben, so die laufen schön nach oben, das Ganze hier so schön nach oben, die Bewegung. Und dann haben wir sozusagen hier den Markt nach unten laufen, wo wir sehen, es gibt fallende Tiefs und es gibt fallende Hochs, aber die Tiefs müssen wirklich fallen sein. Und wir haben jetzt hier zwischendrin mal eine Kerze als Inside-Bar. Das ist ja dann die dritte Kerze und danach geht es wieder nach unten. Dann ist das für dieses Set-Up definitiv auch okay. Das ist die Grundvoraussetzung. Und das Kaufsignal wird hier über dem Hoch der dritten Kerze gelegt. Im Inside wäre es die vierte. Das heißt hier an dieser Stelle, wenn wir hier tatsächlich nach unten laufen und das ist jetzt die entsprechende Kerze, in dem Moment wäre jetzt das die vierte Kerze, dann wissen wir, wir wollen hier drüber reingehen. Das heißt, die nächste Kerze, der nächste Tag, der kommt, der muss hier drüber laufen. Das ist die Bedingung für dieses Set-Up. Das heißt, hier schiebt es den Markt wirklich nach einer kurzen, knackigen Korrektur gleich wieder in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends. Und das ist dann der Trigger. Und diese Dynamik, die hier entstehen soll, heißt halt wirklich kurze, knackige Korrekturen. Drei Tage, maximal vier Tage und dann zack, so richtig schön nach oben in Richtung des Trends wieder laufen. Das ist das, was hier dahinter stehen soll. Und das spricht dann halt auch für ein hohes Momentum und eine hohe Stärke im Trend. Das heißt hier, das Kaufsignal an dieser Stelle kommt über das Hoch der dritten Kerze. Klammer auf, wenn es ein Insider ist, dann die vierte Kerze. Und hier gibt es auch noch eine ganz genaue Regel. In dem Original-Regelwerk steht geschrieben, ein Achtelpunkt über dieser Kerze, das ist historisch bemessen, ein Achtelpunkt entspricht umgerechnet einem Prozentwert von 0,125%. Und das Ganze ist, wie schon gesagt, maximal vier Tage gültig. Danach ist da Eppet. Das heißt, da ist definitiv ein Zeitlimit drin. Und die Absicherung auch hier ganz klar unter dem entsprechenden Swing-Low. Das heißt, sobald das Tief unterschritten wird, ist hier Feierabend. Da geht es raus und die Gewinnmitnahme ist hier am alten Swing-High. Das heißt, da wird einfach immer nur auch ein Stückchen hier entsprechend mit rausgenommen. Oder aber Sie arbeiten auch wieder hier mit einer Teilung. Die Hälfte der Gewinne wird mitgenommen am alten Swing-High. Und danach lässt man das Ganze mit dem Trend mitlaufen. Und das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie Sie im Portfolio entsprechend auch arbeiten möchten. Bildlich das Ganze hier mal gut zu sehen im Währungspaar Euro-US-Dollar. Das ist schon ein bisschen her. Hier Anfang Januar war das gewesen. Wir sehen hier einen schönen Aufwärtstrend, der gut nach oben läuft. Hier im Directional Index sehen wir es auch, dass der Plus über dem Minus liegt an dieser Stelle. Und wir sind hier auch in der Situation im ADX über 30 zu liegen und der Markt steigt auch an. Und wie schon gesagt, hier knackig. Zack, zack, drei Tage Korrektur. Wir sehen es hier. Nach unten tieferes Tief, nach unten tieferes Tief, nach unten tieferes Tief. Signaltrigger hier. Zack, nach oben. Stopp hier unten drunter. Und zack, lief der Markt hoch. Also das ist genau das. Das sind die Punkte, die dieses Handelssetup auch sucht und anzeigt. Und wenn das dann da ist, hat man wirklich richtig gute Chancen, direkt mit reinzulaufen. Das also das 1, 2, 3, 4er Long Setup von Jeff Cooper. Und dann schauen wir mal noch auf eine ähnliche Strategie. Ist nicht dieselbe, hat ein paar andere Bestandteile. Und zwar schauen wir mal auf Herrn Rivelland. Und zwar hat er zwei Signale, hat ein Long-Signal und ein Short-Signal. Das Long-Signal, wie immer auch Trend basiert, das wissen wir ja. Das heißt zum ersten, wir brauchen unbedingt einen Aufwärtstrend an dieser Stelle. Das zweite ist, wir brauchen eine Korrektur. Und diese Korrektur sieht hier in dem Moment so aus, dass man gesagt, man braucht mindestens drei fallende Perioden. Also im Tagesschart wären das drei fallende Kerzen. Und hier gibt es bei den Kerzen innerhalb der Korrektur auch noch Bedingungen. Und zwar, wir brauchen pro Kerze ein niedrigeres Tief als am Vortag oder der Vorkerze. Und ein niedrigeres Hoch als am Vortag. Das heißt, auch hier gehe ich noch mal ganz kurz in die Grafik rein. Ich mache es mal ganz kurz so. Also, das heißt, an dieser Stelle, wir haben auf alle Fälle einen Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend hat ganz normal seine Bewegung mit ansteigenden Kerzen hier. Schön aufwärts steigen, das Ganze. Und dann hier so. Und dann kommt die Korrektur. Und bei der Korrektur muss es wirklich so sein, diese Kerzen müssen so sein, hier an dieser Stelle, dass wir fallende Hochs und fallende Tiefs haben. Das ist wirklich die Grundvoraussetzung, die wir brauchen. Das Ganze muss nach unten gehen, damit wir wirklich sehen, der Markt drückt wirklich ordentlich nach unten. Und das, wie schon gesagt, mindestens über drei Perioden. Das heißt, Revolent sagt, die Korrektur kann auch tiefer laufen. Es kann auch ein paar Tage länger dauern. Das ist die Grundvoraussetzung. Was wir hier an dieser Stelle machen, ist, wenn man das mal so technisch sieht, das Kaufsignal kommt mit Überschreitung des Hoch der letzten Korrekturkerze. Absicherung unter dem Swing Low und Gewinnmitnahme am alten Swing High. Und wenn wir uns an dieser Stelle mal den Einstieg anschauen, dann brauchen wir als Händler hier nichts anderes zu machen, als diese Kerzen hier zu beobachten. Und immer ab der dritten Kerze über das Kerzenhoch das Kaufsignal zu legen. Das heißt, hier an dieser Stelle über diese Kerze bekommen wir eine vier- oder fünftägige Korrektur. Dann machen wir nichts anderes, als entsprechend das Ganze weiter nach unten zu ziehen. Das heißt, wenn wir hier, ich zeichne es nochmal weiter, einen vierten Tag bekommen, dann ziehen wir einfach diese Kauf hier drauf. Wenn es einen fünften Tag gibt, dann ziehen wir einfach diese Liste, also diese Leiste hier an dieser Stelle, also sozusagen die Kauforder, die ziehen wir dann weg. Hoppala, bitte entschuldigt. So, kopieren. So, also ab der dritten Kerze. Hier kommt es drüber. Wenn der Markt über diese Kerze steigt, gehen wir long. Fällt er weiter, ziehen wir es einfach hier drüber. Fällt er weiter, ziehen wir es hier drüber. Und dann irgendwann kommt es dazu, dass der Markt hier nach oben drüber steigt. Und dann haben wir unseren Long-Trigger an dieser Stelle. Das heißt, hier, sobald wir hier oben drüber laufen, da sind wir dann in der Situation, dass wir definitiv die Long-Position eingehen und wir dann schön nach oben traden können. Und wie schon gesagt, die Absicherung nach diesem System kommt definitiv hier unten drunter. Da kommt der Stopp hin, weil wenn es da drunter geht, läuft er die Korrektur weiter und da wollen wir nicht mehr dabei sein. Das ist der Fakt, der hier drinnen steht und das macht es so einfach, dieses Signal entsprechend auch zu traden, wenn wir vorher genau feststellen, wir sind tatsächlich in einem Aufwärtstrend an dieser Stelle. Und das ganze Signal hier mal in einer Grafik auch zu sehen. Wir sehen es hier im DAX, haben wir das gesehen. Hier sehen wir einen schönen Aufwärtstrend, haben wir gehabt. Und dann kam die Korrektur. Und schaut euch das mal an. Wir sind hier runtergelaufen. Fallendes hoch, Fallendes hoch, Fallendes hoch. Fallendes hoch, Fallendes tief, Fallendes tief. Hier gab es einen Inside Day, noch einen fallenden Tief. So, und hier sehen wir halt ganz klar, ab dieser Kerze hier oben das Kaufsignal drüber. Hier sind wir eingetriggert worden und danach lief der Markt wirklich sehr, sehr schön nach oben mit. Und das hier mal trendbasiert im DAX. Und das Short-Signal ist von den Bestandteilen ähnlich, nur halt abwärtsgerichtet. Das heißt, die erste Voraussetzung, die wir hier brauchen, ist, dass wir einen Abwärtstrend haben und dieser Abwärtstrend korrigiert. Und dieser korrektive Markt oder diese korrektive Phase läuft wieder so ab, dass wir mindestens drei dieser korrektiven Perioden bekommen. Und diese Bedingung für die Perioden ist auch so, dass wir, wir brauchen steigende Hochs und steigende Tiefs. Dass wir wirklich schön nach oben reinlaufen. Das heißt, auch hier, ich zeige das Ganze grafisch einfach nochmal auf, mache ich das Bild mal sauber. Also, wir haben einen laufenden Abwärtstrend. Kurz einen Augenblick zeichnen. Also hier, der Abwärtstrend ist laufend da. So, und dann kommt es dazu, dass wir sozusagen ansteigende Tage bekommen. Eins, zwei, drei. Und wir haben steigende Tiefs und steigende Hochs. Das ist die Grundvoraussetzung. Und entsprechend, die Kauforder wird ab dem dritten Tag, sozusagen, wenn der um ist, hier unten drunter reingelegt. Das heißt, hier kommt die Kauforder hin. Und wenn wir noch am vierten Korrekturtag bleiben, solange, wie wir in der Korrektur bleiben und diesen Trend hier nicht brechen, solange bleibt das Setup auch aktiv und dann brauchen wir es nur hochzuziehen und dann entsprechend reinzugehen. Und wie schon gesagt, sobald der Markt dann rumdreht und wir unter das Kerzentief laufen, heißt das, der Markt läuft wieder in Richtung des Trends, hat die Korrektur beendet. Und ab dann dürfen wir wieder in den Markt mit unserem Setup auch einsteigen. Also, es muss nicht immer kompliziert sein. Man kann es auch relativ einfach machen. Und im Chart sieht es hier aus, das habe ich mal angezeichnet, in einem Abwärtstrend des US-Dollar, Schweizer Franken. Hier sehen wir es. Wir haben den Markt schön nach unten entsprechend trenden. Und hier haben wir eine Bewegung gehabt. Und hier schaut es. Eins, zwei, drei Kerzen nach oben. Steigende Tiefs, steigende Hochs. Das, die Signalkerze. Hier wurde es getriggert. Zack, ging der ganze Spaß nach unten. Also, das sind genau die Marker, die wir definitiv auch mit brauchen. Und das ist das Schöne hier in diesem Punkt. Die sind halt wirklich korrektiv auch da. Und hier noch ein kleiner Hinweis zu. Das ist das, was ich aus meiner Erfahrung heraus gesammelt habe. Es ist immer gut, wenn diese Korrekturkerzen halt auch im Abwärtstrend grün sind und im Aufwärtstrend rot sind. Weil, dann sehen wir wirklich, wir haben noch die Käufer in der Überhand gehabt. Signale wie diese hier unten, wo wir auch drei Kerzen hatten, die die Grundvoraussetzung geschrieben haben. Also sozusagen, na hier hat man gar keine drei Kerzen, aber ähnlich, wenn wir hier eins, zwei grüne Kerzen haben. Und die dritte Kerze bedient noch das höhere Tief und das höhere Hoch, hat aber schon rumgedreht. Dann kann es hier unter Umständen passieren, dass das eine fehlerhafte Korrektur ist und das Ganze noch nicht fertig ist. Weil das Ganze schon früher angefangen hat rumzudrehen und das ist dann oft fehlerhaft. Muss nicht sein, aber das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich halt einfach gesagt habe, okay, wenn ich jetzt so ein Signal sehe, ich möchte wirklich im Long drei rote Kerzen haben und im Short-Bereich drei grüne Kerzen für die korrektive Phase hier im Minimum. Und das also mal der Blick in Rivalent Short. Und wie schon gesagt, viele dieser Dinge kann man einfach in die Trends auch mit einziehen. Also wenn wir hier beispielsweise uns mal die Charts auch anschauen und wir gucken uns einfach mal so einen Chart an. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel, nehmen wir hier mal ganz kurz den DAX. Der ist heute wieder auch sehr, sehr bullisch weiter unterwegs. Da haben wir es halt, wenn wir hier den Aufwärtstrend haben und eine Korrektur sehen, wenn wir uns diesen Chart auch anschauen, das ist viel Übungssache mit dem Auge, wenn man nur im Meta-Trader schaut. Und das ist halt das, wo wir dann einfach sehen müssen, okay, wie geht es voran, wie können wir kommen. Dann haben wir hier an dieser Stelle möglicherweise so eine Situation, wo man einfach eine Korrektur sieht, die mindestens einige Tage dauert und das Ganze dann herumdreht. Das heißt, man muss wirklich immer schauen, visuell die Chartprüfung machen. Und wenn man nur zwei, drei Charts tradet, ist das Thema auch wirklich nicht unbedingt ein Problem. Das kann man visuell überprüfen. Also das hier mal zu ein paar Handelssignalen, die an den Märkten wirklich recht gut funktionieren und wir dann damit entsprechend gute Handelsstrategien für unsere Portfolie mit absetzen können. Das also ein kleiner Einblick in ein paar Strategien. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Und ja, ich habe hier noch eine Frage. Gibt es zu den Systemen irgendwelche Backtests? Bitte googelt mal. Ich persönlich bin kein Freund von Backtesting. Warum? Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Backtesting ist immer das, was in der Vergangenheit ist. Vergangenheit ist weg. Wir wissen nie, was die Zukunft bringt. Was ich halt weiß, ist, was in meinen Trades funktioniert, was bei anderen auch funktioniert. Und ich weiß halt auch in meinem Trading, es gibt für alles Phasen. Und wenn wir gerade eine Phase haben, wo beispielsweise Revolent Long oder Revolent Short sehr gut funktioniert, dann weiß ich, dann kann ich das gut traden. Wenn wir eine Phase haben, wo das nicht funktioniert, dann muss ich es nicht traden. Und auch wenn mir das Backtesting-System sagt, das ist das Top-Handels-System, wenn es der Markt gerade nicht spielt, dann trade ich es einfach nicht. Also es gibt mit Sicherheit Backtesting dazu. Ich bin kein Freund von Backtesting. Aber wer das möchte, wer sich das Ganze anschauen möchte, macht es. Google dazu. Macht eigene Best-Backtesting. Und wenn ihr euch damit wohlfühlt, dann passt das Ganze und dann sollte das eurem Trading auch nützlich sein. Okay, dann an dieser Stelle einen ganz lieben Dank für die Zeit hier heute Morgen am Freitag. Ich wünsche allen einen guten Handelstag und einen tollen Start in das Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder am Montag um 8.30 Uhr. Und wer mag und vielleicht auf dem Börsentag in Berlin ist, ich gehe morgen einfach mal zum Börsentag hin, schlender drüber, spreche mit dem einen oder anderen Bekannten. Also wer da ist, gerne, wenn wir uns sehen, können wir den einen oder anderen Applausch halten. Bis dahin, macht es gut und tolle Trades für heute. Tschüss.